Auf geht's, ab geht's. Wir sind der Eta Blur. Ripped Jungle Item. Scheiße. 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 Ich kann... Okay. Ähm, jetzt haben wir ein riesiges Problem. Ein gewaltiges Problem. Ähm, okay, also, Leute, ähm... Wir kriegen das hin. Very easy. Es hat vor allem das Beste ist, es hat noch niemand gecheckt, dass ich dieses Jungle Item dabei habe. Niemand hat's gecheckt. Das heißt, ähm, alles wird free. Alles wird free, Leute. Ich sag euch, das ist komplett easiest Game. Guck mal, wir haben schon fast 50% XP. Wir warten jetzt auf Taunti. Scheiße. Oh, shit. Ja, sie verhält mich direkt wieder. Richtig und nicht... Du bist keine Ehrenfrau, Alter. Mein Duomate direkt mich wieder am Verdingsen, Alter. Na, ja, ja. Aber ich hab Smite, Leute. Ich hab Smite, was... Was will man mehr? Ganz ehrlich. Jetzt kommt der andere vorbei und Smite er mir weg. So. Zack, jetzt haben wir fast schon die Miete drin, Leute. Jetzt gehen wir schnell zum anderen rüber. Das nennt man Double Taunt Control. Early Taunt Control. Das ist nämlich wichtig, weil mit dem Longshot ist ausgerechnet mit Studien belegt, hast du mehr Schaden als mit herkömmlichen Jungle-Items. Ähm. Ja. GBS. Wieso, Leute? Wir gehen direkt hier. Hier. Wir machen das, Leute. Wir haben in 40 Sekunden Smite. Bis dahin haben wir ihn low. Scheiße, hat mich ein Wort gesehen, oder? Oder war das unseres? Ich hoffe, das war unseres. Drei. Guck mal an, Leute. Also, wenn das keine... Ich nenne das die absolute Kontrolle. Bis jetzt fühlst du besser als meine Juggler. Ja, guck mal an, Leute. Guck mal, jetzt haben wir ein Jungle-Item. Ah, da war jemand. Guck mal, jetzt haben wir ein Jungle-Item. Und. Das Wichtige ist das Und. Und ein Schwert, Leute. Wir können jetzt halt für das gigantonische Early... Außerdem haben wir beide Tauntys. Sag mal. Ähm. Ich geh halt auch für das Team-Control. Das ist halt das Team-Control-Bild. Weil. Jetzt geht mein Team nicht mehr feaden. Ähm. Also. Das ist schon alles, äh. Hier, Leute. Machete. Guck mal, wie das jetzt geht, Leute. Richtig free. Richtig, richtig free. Und jetzt können wir halt XP taken. Ich meine, hey, wir haben Doppelton, die sind gerade Level 2. Was wäre man mehr? Was wäre man mehr? Frage ist, was können wir jetzt farmen? Weil. Ja, ich würde sagen, wir versuchen uns an den Golems. Geben doch. Pro Teig. Merci beaucoup. Bitte nicht zu mir locken. Bitte nicht zu mir locken. Ich muss farmen. Und danke schön. Pro Teig. Vielen Dank für die Unterstützung. Merci beaucoup. Sagt man da auch. Ähm. Eigentlich bräuchte ich halt auch die Ehe, aber, ne. Manchmal muss man halt den Itembit und Skillweg adaptieren. So. Guck mal. Guck mal, wie free das ist. Am besten ist, wenn wir einfach jetzt eine Lane Farm irgendwo. Ich hoffe, ihr Liebes kommt jetzt nicht. Da, wir gehen direkt nochmal shoppen. Weil. Wir gehen jetzt die Lane Farm Schuhe kaufen. Damit wir überall Lanes farmen können. Das ist der Plan. Kaufen uns noch so ein Amulett. Und jetzt sind wir fast Full Itembit, Leute. Geil. Geil, 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 geil. Jetzt noch ein Tee dazu und dann haben wir schon gewonnen. Jetzt gönnen wir uns noch die hier. Die beiden. Und warten darauf, dass eine unserer Lanes stirbt. Damit wir die Lane farmen können. Ba, 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 ba bald sei jetzt gehen wir ihm direkt auf die rübe wieso sagt man eigentlich auf die rübe geben ich meine rüben sind doch pflanzen guck mal den boy getten wir very free guck mal das ist die absolute taunting kontrolle und jetzt können wir sogar mit level 4 genau abgepasst die mitte ganken können oder sie nähe sie nicht da auch nicht wir gehen dann doch eben den grub machen bitte das hier ist ganz schlecht bitte da weg gehen das ist ganz schlecht so wir können auch eine bot lenke alle lanes pushen rein ich bin ich bin combat ready leute aber mein team will nicht wir haben auch den ghost näher wir nicht haben wir doch nicht so ich wäre ja mitte wird sowieso nichts irgendwie weil ecco und spaß die ist aber wir können ja trotzdem eingehen euer schläft er schläft ja okay wir haben sein flash bekommen jetzt kommt bluboff wieder das genau abgepasst den nehmen wir nehmen wir weil er nicht gekriegt so zack 200 IQ teilen leute guckt ihr guckt euch diese jungle route an so clean wie nichts anderes auf dieser welt voll clean und bald haben wir tiamat kostet 825 er na zags meint der gibt 100 oder so na das heißt es uns fehlt noch ein bisschen wird abwischen fehlt noch abwischen fehlt noch 60 70 die frage ist können wir vielleicht den großen eben töten und dann uns verpissen und jetzt das nennt man assassin gameplay leute voll assassin gameplay richtig out sneak leute jetzt können wir uns endlich wohlverdienten tiamat gönnen wahnsinn einfach wahnsinn so tiamat ist da i don't know rather so wir haben guck mal wir sind level 5 naja drinnen ist nur level 7 außerdem release ist level 4 leute also wenn das nicht ich glaube dann über direkt dass man reddit post machen da können wir uns den noch weil wir müssen ja auch hier für 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 xp gehen also eigentlich müssen wir mal denken langsam aber ich weiß nicht wo mein gott warum spielst du kein satisfactory das ist ganz einfach eigentlich ist satisfactory mein game aber ich finde es mittlerweile sehr sehr schade dass du kaum noch spiele kaufen kannst die nicht fertig sind satisfactorie ist ja auch im prinzip nicht wirklich fertig und ich mag nicht jetzt ein game kaufen es ein bisschen spielen und dann sagen so ja ganz cool an sich aber hier und da ich würde halt lieber ein spiel kaufen wo ich dann direkt zum beispiel wie bei es hat nautica also ich erst mal ich habe das erst 200 jahre nach dem weltkrieg gekauft ich bin da ich bin ready ich bin combat ready go for this hat der ult? nö war ja nicht noch irgendjemand mit wenig ap? na ok passt also ich hätte ich gerne ein fertiges spiel kaufen ich würde gerne ein fertiges spiel kaufen if you know what i mean der hat einen böllerschuss der musste auf aufgeböllert uah das läuft hier blades Das ist etwas schade. Kaufen wir die rote Mariette? Eigentlich mache ich eh kaum Autotecks. Kaufen wir uns die blaue. Ahem. Und jetzt hätte ich nochmal ein Schwert kaufen können. Na gut. Wir müssen auf jeden Fall die weitere Tonte-Kontrolle anstreben. Infernal Dragon. Ich meine, wir brauchen Infernal Dragon. Wir nicht. Wir nicht. Wir holen uns den nächsten. Ich habe lieber, bei mir ist nämlich, ich habe so ein bisschen gedacht, hey, ich gebe lieber den Infernal Dragon auf. Weil dann kann ich ein bisschen mehr Pressure auf die Map apply anstatt den Infernal Dragon. Manchmal ist Pressure halt wichtiger als Infernal Dragon. Und das war mir in dem Moment einfach wichtiger, ein bisschen mehr Pressure auf die Map zu bringen. 5, 4, 3, jetzt go. Go, 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 go. Go, go, go. Oh, Rabo, du. Oh, Rabo, du. Und war ein bisschen Overkill, aber ist okay? Ahem. Schon knapp 10 Stunden gezockt. Also Satisfactory ist doch schon seit 2 Wochen raus oder nicht. Oder seit einer. Wenn ich jetzt Satisfactory hätte, dann hätte ich es jetzt schon 50 Stunden gezockt. 10 Stunden ist ja noch nicht. Bei 10 Stunden bist du ja noch nicht am Content angekommen. Also mag sein, dass da schon viel drin ist. Aber ich fände es halt, ich weiß, dass in dem Spiel noch unendlich viel kommen wird. Und ich finde es dann ein bisschen schade, wenn du jetzt das schon alles spielst und dann schon schnell an die Grenzen kommst. Weil bei solchen Spielen, ich bin halt so ein kompletter Strategie-Freak, komme ich sehr schnell an die Grenzen. Welcome. Ich nehme einmal bitte alles. Danke. Tschüss. Guck mal, jetzt können wir sogar die Mitte fahren. Little Girls zwar gerade unterwegs, aber diese hier wird es nicht kriegen. Deswegen. So. Blube. Ah ja, wir müssen Taunty nehmen. Badababa. Oh Taunty. Was? Was? Wir müssen auf jeden Fall mal gucken. Wir farben uns jetzt die AD-Machete in eins zusammen. Die wäre wichtig. Ahem. Also bisher haben wir noch nicht Giga-Vier gemacht, müssen wir ehrlich sagen. Aber, ähm, ja. Also wir werden halt noch insane. Das Problem ist halt einfach, dass die Blutung nicht auf diese Scheißdinger drauf geht. Würde die Blutung drauf gehen, wäre Tile und Jungle so gut, aber ohne die Blutung no. So, guck mal, da kommt ein Leeret-Boof. Den könnten wir uns gönnen. Da ist sogar noch eine Paprika. Die grüne mag ich nicht so gerne, aber die esse ich trotzdem. Ich meine, wenn sie mir AP wieder gibt, dann sage ich da jetzt nicht nein. Wir könnten Elisle-Schniesel am Red-Buff abfangen. Wir könnten, oder, ich meine, sie hat so oder so wenig AP. Leider ist hier, sind die Wände rot und sie hilft auch gerade noch in der Mitte. Ich glaube, sie kommt gerade. Scheiße, sie kommt gerade. Du musst ganz schnell resetten. Geh zurück, geh zurück, schnell, geh zurück. Psst, geh zurück. Geh zurück. Ja. Ah. Shit. Aber ja, vielleicht ist es gar nicht so nett. Wir gehen jetzt hier Assassin-like rum. Der Tobi, der geht rum. Dum, 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 dum. Nö, Bruder! Danke. Hallo Caramel, was geht, was geht, was geht, was geht, was geht. So, äh, wir haben jetzt genug Geld. Wir könnten etablieren. Leider ist sie alleine, dann nicht. Leider. Nö, bin raus. Ähm. Roter Smart Mareta. So, jetzt haben wir Damage, Leute. Jetzt haben wir Damage. Ja, ich verstehe das schon, dass kleine Studios nicht drei bis vier Jahre entwickeln können. Das verstehe ich schon, aber damals konnten sie es auch. Warum geht es heute nicht mehr? Und es ist halt irgendwie, ich finde es, unfertige Teste zu spielen ist halt, finde ich, ich meine, ich verstehe schon den Punkt von Early Access, aber ich glaube, viele machen es sich einfach einfach, weil du gesagt hast, wir sagen, hey, komm, wir brauchen kein volles Game rauswerfen, es reicht auch, wenn wir ein halbes Game rauswerfen, das können wir auch schon in Anführungsstrichen verkaufen. Und das ist so ein bisschen die Mentalität von sehr vielen einfach mittlerweile. Dass sie auch einfach halbe Spiele rausbringen, weil es ja genauso läuft wie ganze Games quasi. Na? Also. Kann ich den Namen, bitte, bitte. Na! Ah, Mann. Ich würde halt wirklich gerne ein fertiges Spiel spielen, nicht weil wegen Lags und so, das gehört natürlich auch dazu, aber bei Strategiespielen ist es auch oft so, wenn du investierst in eine Runde 2425 Millionen Stunden und dann hast du halt nicht Lust nochmal irgendwann neu anzufangen und nochmal 2400 Millionen, 470 Millionen Stunden rein zu investieren. Oft, nicht bei allen Spielen, aber bei vielen Spielen ist es auch so. Ich bin halt gerade einfach nur am Farmen, Leute. Was soll ich sagen? Aber er ist auch noch... Ich glaube, Botlin ist halt wirklich die beste Possibility. Ich komme, Leute. Ich bin schnell wie der Blitz. Man nennt mich auch den... Den roten Blitz von... Von Schleswig-Holstein. Ich bin unterwegs. Rot, weil... Rot. Ich bin unterwegs, Leute. Ihr müsst jetzt aber was machen. Ich bin unterwegs. Ihr müsst jetzt auch was machen. Ich bin unterwegs. Ihr habt überhaupt gar nichts gemacht. Okay, later. Later. So. Ähm. Aber der rote Blitz von Schleswig-Holstein, der kann auch ganz schnell adaptieren und ist sofort in der Mitte. Sofort. Der wardet hier auch alles zu und taket sogar hier die Türme. Geil. Very geil. Welcher J-Skin ist der Beste? Ich glaube, das ist der Full Metal. Der ist ganz cool. Ich habe erst sehr, sehr spät gecheckt, dass Full Metal Jace komplett aus Metall ist. Ähm. Ja. Also jetzt könnte man denken, ja. Hm. Also ich dachte immer, der wäre so Halbmetall irgendwie. Aber ich meine, er heißt halt Full Metal Jace. So. Jetzt guck mal. Jetzt habe ich nämlich Pressure Plight. Jetzt können wir halt für den Funnel gehen. What hier? Ja. Die Pflanze darüber zu machen, war jetzt nicht die beste Idee, aber... So. Smeid macht 600. Ähm. Kommt die hier runter? Weiß man nicht. Hier für dich. So. Jetzt ist Schluss mit lustig. Lutsch deinen Schuppa-Chuppes. Der Zucker groß spritzt, aber bitte vergiss nicht, heute schluck ich's mit meinen Lippen. Habe ich bei meinen ein leichtes Spiel. Wenn ich sag, ich will gern lecken, meine ich das Eis am Schuppe. Also ich glaube nicht, dass es unbedingt anders flyert sich die Mentalität über die Zeit geändert. Das kann halt schon sein. Und ich verstehe ja grundsätzlich so ein bisschen auch dieses Early Access. Aber ich glaube, viele abusen das halt auch mal und machen sich's einfach sehr, sehr einfach. Ne? Sagen ja... Ich meine, im Prinzip ist ja Early Access wie ein Full Release für viele, ne? Und ich glaube, ich kenne nicht die Verkaufsfahmen. Ich kann mir vorstellen, dass beim Early Access sehr, sehr viele das Spiel kaufen. Weil's halt so gesehen neu ist, ne? Und danach, die Zeit, kaufen sich's noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Selbst wenn's irgendwann fertiggestellt wird. Ich denke mal, PUBG, als es irgendwann... Vielleicht ist PUBG auch ein Spezialfall, aber... Als PUBG irgendwann mal fertig geworden ist, haben sich das ja auch kaum noch welche gekauft. Oder weil's schon entweder alle hatten. Oder die meisten. Oder weil's dann auch niemanden interessiert mehr hat, ne? Ich meine... Keine Ahnung. So, wir gönnen uns jetzt, äh, Lerat Puff. Na, diesmal direkt. Nah und direkt. So, können wir irgendwas ganken? Elise kommt doch gleich. Wir stehen schon mal hier in den Startlöchern, Leute. Wir sind quasi Watchmen. Oh, nicht du. Ja, aber dich nämlich auch. Ist okay. Jetzt stehen wir in den Startlöchern. Ist kaum auffällig, aber wir stehen... Ah, ne, er hat ja schon gesehen, dass der Red Buff weg ist. Schade. Ah, wir stehen in den Startlöchern, Leute. Sprungloch! Fräber du! Guten Tag, bitte kommen sie einmal runter. Hä? Achso, lol. Ja, later. Kann sie auch von Verbündeten runterkommen? Nee, oder? Hä, oder wo ist sie hin? Oder sie ist eine Magier-Spinne und ist einfach unsichtbar weggeworden. Das ist das wahrscheinlichste Szenario gerade. So, wir können uns auch Taunty oben holen und Blue Buff. Wir wollen ja alles mitnehmen. Früher gab es Spiele dieser Art nicht. Ja, das würde ich... Das würde ich, ähm... Nicht so sagen, weil... Früher gab es Spiele der heutigen Art nicht. Ja, und die Spiele, die es heute gibt, waren... Irgendein Spiel ist immer mal das Erste. Also, ähm... Das ist ein Argument, das würde ich sehr... Das würde ich verwerfen. Ähm... Das hier, ich habe keine Ult, würde ich glaube ich auch... Wobei, wenn drinnen mehr kommt, dann geht das vielleicht. Na, ich meine, gibt es ein aufwendiges Spiel, was... Keine Ahnung. Guck mal, ne Konke gab es damals diese komischen Sequenzen. Da gab es auch nicht. War auch irgendwann mal das zum ersten Mal so. Diese ganzen Generalsequenzen. Damals war es bestimmt eine komplette... Ein komplettes Highlight. Und da, einmal bitte dein Leben. Adi, Carrie, müsste man sein. Äh, merci beaucoup an Sir Nils. Merci. Merci. Ja, hat er zwei Blätter. Komm, den gönnen wir uns einfach. Ah, oder vielleicht auch nicht. Ähm... Hier für dich jetzt. Ja. Ré. Ré, Ré, Ré. Ja, es ist... Ja, also... Ich meine, ich habe ja nur 1000 Gold abgegeben. 700 plus. Das passt dann schon. WoW war damals auch neu. Gab es bis da auch noch nicht. Logischerweise. Hallo Knupsi. Oha, du bist auch mal jeder hier. Das ist ja der absolute Oberwahnsinn. Ja, okay. Die Games bekommen im Early Access jede Woche ein Update. Aber das ist auch, was die machen müssen. Ich meine, würden sie es nicht machen, würden sie ja... Ne? Da sind so... Die Leute gehen ja auf die Spiele und sagen, hey, hier sind... Hey, der Baum bewegt sich nicht. Und hey, meine Füße stecken im Gras. Und hey, das Gras geht durch den Boden. Und das müssen die halt alles wegmachen. Babadabab. So. Na, wir können auch nochmal eben hier kurz... Zeit, die hat das eingeschränkt, akzeptiere ich nicht. Alles ausreden. So. Die gönnen wir uns. Jetzt gönnen wir uns noch den hier. Guck mal, da kommt schon mal wieder ein... Ich sag's euch, Leute. In Fernels kommt immer in Rudeltieren. Es wird ist... Report Echo auf Kai. Ich schreibe... It is how it is. So. Gönnen wir uns eben den Fernel. Hey, was für Echo auf Kai. Sag mal, in welchem Land soll er auf Kai sein? Den... Ne, doch nicht. Ich wollte ihn grad zum Ulten zwingen, aber... Lassen wir... Gönnen wir uns den Fernel. So. Badabada, badaba... Na, 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 na. So. Ähm... Ich bin Combat Ready. Wir können ja mal wieder hier irgendwo... Guten Tag. Einmal bitte den Großen hier. Danke. Tschüss. Äh, und... Dich auch noch. Later. Der Rote Blitz von Schleswig-Holstein. Presented by... Turmspring.de So. Wir kaufen uns jetzt... Ähm... Das Ding hier. Den Dirk. Gönnen uns Blue Buff into Top 20. Into... Into... Into Gin. Nice. Oh, wir brauchen noch den Radar. So. Can I? Was für Can I? Das ist mein Buff. Ich wollte schon sagen, die macht mein Blue. Dann hätte ich aber hier das Rollen des Smite rausgeworfen. Wir können es noch probieren. Das Rollen des Smite. Also es war jetzt nicht so spektakulär. Es war auch eher... Ja, so... So über die Wand so drüber gehuscht. Es war kein richtiges Rollen. Rollen. Der muss gleich Ult. Wir warten schon mal hier. Guten Tag. Einmal bitte dein Leben. So. Dann können wir uns nur eben Taunty. Hm. So. Ultimate ist auch schon wieder ready. Da ist Gin Waslowski aus Waslostanien. Da sehe ich mich. Bei dem Flashenden Todesschneider... Ah, brauchen wir nicht mal. Ja, vielleicht doch. Later. So. Articary Gameplay. Mach richtig Bock. It's making very Bock. Fre. 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 So. Was ist hier los? Kurze Explanation bitte. Oh shit. Mein Greenscreen. Sag das doch. You have to say. So. Der ist ripped. Das ist gut. Das ist gut. Gott. Als du weggewartet hast, hättest du nur noch Warteschlangenmusik eingespielt werden müssen. Ja, wahrscheinlich. Sonst würdest du nicht wissen, wie du sonst aus solchen Aussprachen kommst. Was? Oh Gott, ich krieg hier voll Damage. Ich hätt' aber noch ne Ult. Fre. Hm. Da liegen wir. Na gut. Ähm. Ich glaub' wir haben aber gewonnen, oder? Ja. Manchmal muss man sterben für ein größeres Wohl, Leute. Ist so. Ist so. Ja, war ne Welcome-mäßige schöne Runde. Talon Jungle würde ich trotzdem nicht empfehlen. Also ich meine, wir haben Talon gejungelter Purphil mit Longsword gestartet haben. Aber, äh, das geht halt wirklich auch nur, wenn ihr der rote Blitz von Schleswig-Holstein seid. Und das seid ihr halt leider nun mal nicht. Weil den gibt's halt nur einmal. Ähm. Aber ja.